so leute erst mal guten tacho den hier mit der lille maschine den kennt ihr mit der gelben maschine den kennt der ein oder andere von euch auch das ist der gute gixer pad man sieht es aus einem sticker und wir fahren jetzt hier die höllenstrecke hoch leute da vorne hat sich schon beinahe einer gelegt so wasser strecke und gixer pad gibt gas und ich die ballern hier alle für die verrückten ich kann mir aber gar nicht so hart und die kurve herzen aber die strecke muss geil sein das ist eine richtige serpentin ich muss auch daran denken dass meine halle kein sportmotorrad ist also dafür habe ich hier das völlige motorrad aber man kann die strecke trotzdem genießen denn dampf hat ihre halle genug oha hat da gesehen wie der in der kurve das ist schon übel du kannst halt dadurch dass hier so viele so rasen und das hier sind quasi die für die eine rennstrecke ist kaum genießen aber die strecke ist ja mal richtig krass geil hier und guck mal wie tief kann man denn hier gehen oah fußraste fach du ganz das ist schon gut du 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 geile strecke ehrlich anstrengend anspruchsvoll aber echt geil schneller als 50 kannst du ja sowieso nicht fahren danke ich brauche nur den zweiten gang mein finger aber die strecke ist echt geil da fährt der gute da ist er aus corpedius und sein kollege aber der kennt die strecke ja auch alter das ist schon heftig wenn die so entgegengeschossen kommen die brauchen da brauchen nur ein fehler passieren und die müssen einmal rutschen und dann liegen sie bei mir vorne ja irgendwo und ich glaube ich habe mich verfahren bitte helfen sie mir bitte helfen sie mir da vorne hätte ich mich rechts abbiegen müssen ja da war ich ja mit dem kurvenwahn ich mach nur scheiße krasser scheiß was hier los ist wie die hier ballern ey wenn jeder von euch der motorrad fährt kennt das ein bisschen zügiger um die kurve aber was hier abgeht das ist das ist ja fast ja weiß ich nicht rennstrecken viele dinge aber geile strecken hier ehrlich richtig schön hier wir haben glück mit dem wetter ein kleiner ride out vom kaffee 36 hoch zum denkmal mit dem christian und den guten gixer pad hier schon ende alles klar und hinter mir der gute gixer pad mit seiner schönen tausender gsx r ich habe sofort erkannt als er vorhin auf dem platz kam schön dass das geklappt hat hier fühle ich mich schon wohler und das war jetzt alles und da ballern die die ganze zeit hoch und runter unfassbar hier stehen wenigstens mal ein paar richtige motorräder nicht die mickey maus dinger da unten hier stehen Hättest du mal deinen Pikachu-Helm mitgenommen? Hast du einen Pikachu-Helm oder was? Ja, das ist ein Video. Das ist dein letztes Geschenk gekriegt. Geil! So willst du mich gerade verarschen? Ist doch geil! Hier sind die Gläubigen reingegangen. Dahinten stand mal der Altar. Da gab es noch einen Extraeingang. Und von hier aus wurde gepredigt. Das ist relativ selten sogar. Also von hier nach unten? Ja. Ich stehe auf dem Papstplatz. Das ist sogar relativ selten, weil normalerweise wird von vorne zu den Gläubigen gepredigt und nicht von hinten. Das war aber hier bautechnisch nicht möglich. Deswegen stand dort hinten nur der Altar. Ich habe die Arbeit dazu gelesen. Die Stufe gab es ja auch nicht. Also das ganze... Das Fundament war tiefer, ja. Das haben sie halt nach und nach freigelegt. Hatten das irgendwann mal ersetzt. Sieht aus wie ein Gesicht. Wie so ein Monster. Krass, wie hoch man hier eigentlich ist. Man kann wirklich so ins Tal gucken. Ja, warte mal, ob das da oben ist. Das sieht richtig geil aus. Die haben hier unten an der Seite sind die Felder. Nach unten. Und da machen die immer mal wieder... Da wachen die riesengroße Gebilde drauf. Dass wenn du oben im Denkmal stehst, kannst du die angucken. Im Feld dann quasi. Wie so ein Bild. Die haben mal über 5 Jahre lang in diesem Feld Schach gespielt. Das heißt, einer hat einen Zug gemacht. Dann haben die gewartet, bis das Gras nachgewachsen ist. Und dann haben die diese Schachfigur da reingemäht. Geil. Das ganze Spiel ging über 5 Jahre. Da ist er. Das Pferd hieß bestimmt auch Harley. Und da sind ein paar mal runtergeklettert. Gab es mal so von Zivil ein paar Todesfälle. Und seitdem haben die die Zäune da eingesetzt. Dass sie die halt nicht runterklatschen. Da ist er. Wie komm ich wieder runter? Ja alles gut. Ach du Scheiße. Was ist das? Ich brauch erstmal Zeit. Da siehst du. Da ist hoch. Ich kenn das ja. Also die Treppen verbiegen sich bei dir ja schon. Wenn ich da drauf geh, dann bin ich unten. Schöne vom Aftal. Ich hab Angst. Ich hab füchterliche Angst. Mensch sind hier doch nicht die Spannung. Welche Spannung? Ich trau mich ja auch nicht mal hier drüber zu gucken. Jetzt siehst du die Felder was ich... Andere sind wir noch? Ja genau. Das ist das Felder. Die zwei grünen. Das machen sie auch manchmal mit. Ich sehe hier nur Potential der Todesgefahren. Ich seh keine Felder. Ich seh hier gar nichts mehr. Ja. Guck mal genau hin. Du siehst sogar noch vereinzelt die Spuren da. Vom letzten Mal wo sowas reingemäht hatten. Ich glaub da war ein Stier oder sowas. Ich weiß es nicht. Hier kannst du bloß einmal ringsrum gehen. Da ist eine. Und oben sind die... Sind diese Wegpfeiler. Ist das... Ja? Hallo. Hallo. Genau. Da müssen wir noch mal rein. Einmal noch hoch. Ja, ich warte noch. Ja, vielleicht. Oh, Entschuldigung. Haben wir noch mal? Ja, nein, vielleicht. Ja, gerne mal. Ich warte vor mir ist auch ein Tag. Ich stehe hier ganz gut. Wissen nicht. Wissen nicht. Ja. Ich hab verreifreut. Ich stehe hier ganz gut. Komm. Oh Mann. Oh, der hat Schiss. Ja, der hat Schiss. Ja, der hat Schiss. Aber was ist denn? Wissen nicht? Wissen nicht? Wissen nicht? 234 Kuss. Jetzt rin und auf den 880 Kuss. So. Komm. Ich bin jetzt auf den 880 Kuss. Komm. So, jetzt muss der Helikopter rufen, ich komme runter. Alles gut, da steht der Moped, da steht mein Motor, nicht zittern, wie viel Meter, keine Ahnung, 50 mindestens, 100, was 50, ein Kilometer gefühlt, keine Ahnung, ich komme recht rum, was, hier, hier steht es rein. Funkenhausen, Erfurt, Richtung Süden, Erfurt, von der Richtung bist du ja gekommen, ne? Hm, weiß ich nicht. Genau, was steht da dran? Sankt Ahtan, oder was soll das heißen? Ne, Südost, Ahtan und Naumburg. Naumburg. Hier ist Sachsen. Hier ist auch noch Glas auf dem Boden. Sachsen, Weimar, auch Richtung Süd, Süd, Südost. Da bin ich, ne Mimi. So, was haben wir hier? Sangerhausen, ne? Genau, Sangerhausen, Halle. Mich kannst du gleich auch in die Halle schieben. Ich muss raus. Hier, Thaler, Hexentonsbad. Na? Genau, und von hier oben siehst du dann die Felder. Das sieht so geil aus. Willkommen in meiner Heimat. Sachsen, Halle. Von wegen, Skorpedius am Kripphäuser, sondern Skorpedius in Gefahr. Da steht der Marc in dem gelben T-Shirt. Und hier steht der Marc, schweiß gebadet vor Angst. Boah, ist das lecker, fand ich das hoch, ey. Voll geil. Böse Menschen? Ne, von hier. Hier unten, hast du den Pferdekopf? Von, äh, von Wilhelm. Ja, ich halte die Kamera hin. Ich guck da nicht hin. Warum nicht? Da hast du da drüben auch was gemacht. Ich hab nicht hinguckt. Das steht ne ganze Weile schon. Das fällt nicht um. Ja, bei meinem Glück fällt ich... Das ist typisch Motorradfahrer. 200 auf der Autobahn, kein Problem. Aber hier mal runter gucken kann ich. Ja, ja. Ich hab schon gesagt, was ist denn jetzt, wenn ich hier oben einen Herzinfarkt hab? Und brauche hier irgendwo Hilfe? Ja, also manche müssen zurückgelassen werden. Ja, die bleiben einfach übrig, gell? Vielleicht natürlich auch Fettflecken übrig, ne? Aber die werden gleich entsorgt dann, wenn sie schön werden, dann passiert nicht. Dafür war die Grube gedacht. Das ist das Loch, weiß ich dir was. Na, erst mal muss die mal voll werden, ne? Boah. Ah, ja gut, dann fahr ich aber ein Jahr nicht her, der Stick dann. So. Aber selber hat er auch... Ah ja, hat er gesagt. Ja, ja, ja. Aber komm, ich muss da jetzt vorhin kommen. Ja, klar bist du, dann bloß hier auf dem Plastik. Ach du Scheiße. Ich hab Rostumwandler bestellt für den Mercedes. Meinst du, das hilft dir auch? Ja, dann kommt doch nach wie viel Hektar die Tasten. Nicht so viel. Das sind die einen Plastik. Dann darfst du schon wieder steigen. Ja, ob das jetzt besser ist, weil die ist enger. Ja, aber das ist eigentlich nicht mehr. Und die hier? Ja, die war früher hier komplett. Boah, habt ihr das gesehen? Der ist einfach gehüpft. Flossen eingekämt. Was? Ich hab hier nicht... Scheiße, hier ist es schlimmer. Warum? Warum muss man so ein bisschen runter, dann darf es wieder steigen. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum hab ich das gemacht? Ja, warte, dann kommen Menschen. Ja, ja. Es ist einfach schön. Ja, aber ich wünsche eine Fussierung. Es ist schön. Ich wünsche auch irgendwas. Ich wünsche auch irgendwas. Ja, komm. So. Dann muss ich auch noch außen laufen. Ach du Scheiße. Oh nein. Könnte ich auch hoch, wenn sie da gerade losgeht. Ach so. Moin. Hallo. 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 Wie viel, 178? Ich hab einen Stein. Wieso rappelt das hier so? Oder rappelt das nur in meinem Kopf? Auf der Leuchtenburg haben sie in der U-Modelle. Da haben sie vierte Topplasche. Seitdem dieser blöde Stein-Spender aufgestellt worden ist, habe ich hier unten keine Ruhe mehr. Ich hab's überlebt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viel, 18 cm? Entfernen Sie den Koffer und printenzen? Die EU-Koffer der Leuchtenburg?